Hey, schau, du bist deutsch und es kommt zu einem neuen Video von mir und in diesem Video, Freunde, bin ich krank. Limousin? Leute, das Video ist mit Abstand, glaube ich, das unmotivierendste Video, das ich jemals hochgeladen habe. Ist das ein deutscher Satz? Wir werden heute im Monohofer 3 zocken auf der neuen Map. Paris 447, die neue Season ist draußen, Season 4 ist draußen. Und ich sag mal so, der Battle Pass ist halt, naja, so wie immer ganz okay. Also ich sag mal so, in der neuesten Season könnt ihr einfach Rezo spielen, den alten Zerstörer. Könnt ihr einfach in COD spielen. Außerdem, Freunde, wird es die Firecracker und die The Boy Skins bald geben. Digga, ich kann nicht mit dem Scheißbonbon nicht reden. Ich muss erstmal den kurz durchlutschen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr euch einen von den Boy Skins holen werdet. Falls ihr Mittwoch und Donnerstag dabei wart, habe ich ja COD gezockt. Da habe ich gehofft, dass die Firecrackerin reinkommt. Die ist seitdem nicht draußen. Anstelle der The Boy Skins oder die Firecrackerin haben wir den Skin hier bekommen. Ich wusste gar nicht, dass sie meine Schwester auch in dem Spiel reingepackt haben. Aber wir sind Freunde, wir jobben rein. Paris 447. Ich hoffe, dass die Map genauso geil ist wie Renaissance aus MV3. Jeder, der damals MV3 gespielt hat, kann mir bestätigen, dass diese Map damals eine Legenden-Map war. Vergesst mal Dome oder sowas. Renaissance war eine Map. Wir gehen rein, Freunde. Let's fucking go. Okay, wir jobben rein. Wir machen erstmal den ersten Test. Wie groß ist die Map? Geil. Die Map ist auf jeden Fall groß genug. Ist ziemlich sech... Guck mal. Du kannst nicht Laiko und im Klartec 45 Zentimeter heißen, wenn du so COD spielst, Bro. Es geht nicht. Hört auf damit. Okay, also ich merke schon, es ist eher ein bisschen so mit Wänden und mit Häusern. Also ich merke schon, es gibt sehr viel abge... Da ist 55 Zentimeter sauer geworden, Freunde. Da wollte er mit Wurf besser spielen. Da ist er sauer geworden. Gut, also die Map ist zwar recht klein. Oh mein Gott, ja, ja. Ich merke es, ich merke es. Map ist recht klein. Das Problem ist nur, es gibt hier sehr viel abgewinkelte Ecken und Kanten. Das heißt, man kann sich überall hier verstecken. Außerdem müssen wir hier noch 1000 Fenster. Na gut, naja, ich check schon, ich check schon. Gehen wir mal hier auf die Stellung. Bruder, von wo springt bitte 45 Zentimeter? Holy shit. Ich werde versuchen, in der Stellung zu schwitzen. Ich werde so lange versuchen, wie möglich in der Stellung zu sein. Und ich werde den Sieg nach Hause bringen, obwohl ich krank bin, alright? Ich fühle mich wie das letzte Stück Scheiße hier gerade. Aber ich gebe trotzdem mein Bestes, denn ich will mein Team nicht... ...in Stich lassen? Im Stich lassen? In Stich lassen? Ja, deutsche Grammatik. Scheiße, gar nicht, ich bin krank. Achso, und Freunde, falls ihr ein Like da lässt und einen Kommentar da lässt, dann werde ich schneller gesund. Also ein Like gleich eine Genesung. Ich muss echt mal diese Scheißtablette runterlutschen, denn ich nuschle vor mich hin. Ich merke, glaube ich, gerade während ich dieses Scheißvideo aufnehme, wie beschissen dieses Video sein wird, Freunde. Ihr werdet es anklicken, euch denken, was zum Fick labert dieser Wichse da und ihr geht einfach weg. Ich weiß es schon. Wenn ihr bis hierhin schon geschaut habt oder noch schaut, dann schreibt mir in die Kommentare, Hashtag, ähm, gute Besserung 1, 2, 3. Ja, das ist... Das ist gut. Also ich muss sagen, die Map ist ganz nice. Sie ist nicht zu groß. Das Einzige, was mir ein bisschen abfuckt, ist, ist es nicht so offen. Also es ist überhaupt nicht so wie damals in MV3, die Renaissance-Map. Es ist eher die... Es ist eher dieses... Aus der Beta dieser Hotel-Map. Ich weiß nicht, wie die gerade heißt. Ich kann es euch gerne mal einblenden. Es ist eher diese Hotel-Map. Einfach nur in Frankreich. Das ist in die Stellung 58, 36. Wie gesagt, Freunde, ich werde so verschwitzt in die Stellung reingehen. Ich will die Stellung hier gewinnen. Oh ja, und ich werde sie... Ich bin krank, Freunde, aber der Chip... Aber der Chip-Klick gehört mir. Digga, ich will doch in diesem Video hier sterben. Digga, warum grinsen die alle hier so komisch? Holy shit. Und warum sieht der aus wie Phil Laude? Gut, bei der Grafikeinstand, die ich habe, sieht hier... Sieht danach gar nichts aus, lol. Oh mein Gott, wir sind in der Bücherei, oder? In so einem Bücherladen. Freunde, wann habt ihr das... Wann habt ihr das letzte Mal ein Buch gelesen? Was ist, wenn es eine Map geben würde in... In COD, in Paris, also eine Map in Paris, die spielt. Aber direkt am Eiffelturm. Checkt ihr? Beim Eiffelturm, ich war schon mal in Paris, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Paris wart, aber beim Eiffelturm ist ja so, dass in der Nähe alles so mega frei ist. Es wäre doch mega cool, wenn es mal so eine Map... Wenn es so eine Map geben würde, wo man auf so einer Map spielen würde, wo man, ähm... Was wollte ich wieder sagen? Dieses Video wird so ein scheiß Video, ich merke es jetzt schon. Also wie gesagt, Freunde, ihr könnt dieses Video disliken, es ist überhaupt kein gutes Video. Aber falls ihr mir... Oh, die Sniper-Hits treffe ich trotzdem. Aber, Freunde, falls ihr mir immer noch... Falls ihr mir immer noch eine gute Besserung wünscht, dann gerne ein Like da lassen. Wait, wieso habe ich Schockstab dabei? Wo ist... Wo ist... Und Thermid? Ich habe Schockstab und Thermid dabei? Wo ist mein Wurfmesser hin? Okay, ruhig spielen, ruhig spielen. Ich bleibe hier auf der Stellung. Wie gesagt, Freunde. Die Stellung gehört mir. So, come on. Wenn wir gegen mich kämpfen, wenn wir gegen den kranken Theo kämpfen. Der Marius wollte es. All in all, Freunde, muss ich sagen, die Map ist ganz nice. Also ich glaube, wenn wir Stellung spielen, gibt es ja meistens so Punkte, wo irgendwie die meisten Leute hinlaufen. Ich glaube, ich glaube, die Map ist ziemlich geil. In Stellung ist sie ziemlich nice. Aber ich glaube, Team Deathmatch oder sowas wäre ein bisschen zu vercampenmäßig. Hier sind ja die Gegner gezwungen, zu euch zu kommen. Es wird ja wahrscheinlich im Titel stehen, Freunde, als Clickbait. Da wird sowas stehen wie, ist das die neue beste Map der Welt? Aber es ist natürlich alles nur Clickbait. Ihr seid drauf reingefallen. Haha, lol. Bitte das Video nicht disliken. Da läuft einer ganz außen rum. Den snipe ich kurz. So, kurz gesliped. Wieder zurück in die Stellung. Also, kurze Frage. Was zum Fick macht eigentlich mein Team hauptberuflich hier? Wollen die auch noch helfen? Oder was denken sie sich heute dabei? Was ich an alles hier gerade ein bisschen lustiger finde, ist, Freunde, dass die gerade komplett von einem Kranken zerstört werden. Die werden einfach von jemandem geholt, der weder gescheit sprechen kann, nur am Nuscheln ist und seinen scheiß Kopf dröhnt. Das ist geil. Das macht mich einfach. Das macht mich glücklich. Zum Beispiel er hier. XZUnity. Du hast gegen Verfickt mich verloren. Du auch hast gegen mich verloren. Und jetzt kriege ich einen Finish-Up. Digga, er schmeißt mich aus dem Fenster. Bro, sorry. Habe ich deine Mutter beleidigt? Nein, habe ich nicht. Attention. Ce, cite, sus, video. Su, vilianze, 24, 24. Ich hatte einen Monat Schule in Französisch. Ich hatte einen Monat Schule in Französisch? Was? Oh, da ist die nächste Stellung, Freunde. Die nächste Stellung wird sich gegönnt. Moin. Ich habe leider so eine schlecht angewohnte Freund, dass ich absolut immer mit einer Sniper rumlaufe. Ich laufe immer nur mit der Sniper rum. Ich versuche immer den ersten Hit zu hitten. Und dann wächst ich erst zu meiner Secondary. Das ist übertrieben dumm von mir, weil ich denke, ich bin so ein krasses Sniper-Spieler, obwohl ich es nicht bin. Also mein Ego sagt, ich kann das, aber in Wirklichkeit kann ich es nicht. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Aber die werden von hier gleich kommen. Ja, dann passiert halt sowas. Hätte ich nicht die Sniper in der Hand gehabt, hätte ich die geholt. Aber nee, mein Ego ist zu groß. Ach, Digga, scheiße, ich gehe einfach in die Stellung. Ich gehe einfach in die Stellung. Ich halte einfach meine Fresse. Weniger labern, Freunde. Sorry, bin kurz am Sterben. Hier ist alles super. Hier ist alles cool, denn du bist am Start. Hier ist alles super. Na, 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 na. Hasse mein Leben. Ich hasse es so sehr. Die kassiert alle gegen einen kranken Spieler. Komm mal, Freunde, wir haben es. Komm mal, fünf Kills noch. Komm, das haben wir. Bam. So, Moment. Kurz die Gäste hier killen. So, zwei, eins. Und bam. 250 zu 62. War eine gute Runde. Auf jeden Fall, Leute, ich würde mal sagen, das Video, lasst gelangen. Aber da schreibt mir gerne rein in die Kommentare, wie findet ihr die neue Map. Wie gesagt, sorry dafür, dass es jetzt eher... Ich weiß nicht, wie kurz das Video hier sein wird, aber es wird, glaube ich, ein bisschen kürzer sein als sonst. Wie gesagt, ich bin krank, mir geht es nicht so gut. Fazit zu der Map kann ich nur sagen, die ist ganz nice. Ich habe jetzt Stellung gespielt, deswegen fand ich sie ganz cool. Ich glaube, wenn man Team Death mitspielt, ist es ein bisschen... Ich glaube, die Map ist nicht so geil. Die Map ist ganz okay, aber es ist nicht einer der besten. Da hatten wir auf jeden Fall schon viel, viel geiler Maps davor gehabt. Lasst gelangen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020